ja hallo lieben mir ist mal wieder so bahn und only christian schon mal ja partner proaktionscoach und endlich mal wieder kein trash video hier man 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 steigt noch gerne ein geht es noch bis zum wochenende in die drama challenge selbstliebe challenge oder manifestations challenge und wir reden heute ja über schuldgefühle nach nach einer trennung wo es auch kinder gibt weil man wieder daten kann und weil man es auch mal gut sein lassen kann es ist ja auch so dass so trennung mit kinder sind einfach wahnsinnig schwierig und dauert schon jahre bis man den schluss getroffen hat dann dauert es häufig noch mal ist auch ganz normal irgendwie jahre bis kann man schon auch wieder neue partnerschaften manchmal dauert wirklich jahre ist wirklich alles geregelt ist und alle fein sind mit der neuen situation umso wichtiger dass man einen klaren weg geht und hier wir haben hier eine nachricht von brezhnevskolov und genau er schreibt lieber christian vielen dank für deine videos sie haben in schwierigen und nicht zu schwierigen zeiten sehr weiter geholfen heute schicke ich dir eine neue anfrage mit vielleicht noch nicht so häufig besprochenen details zur trennungsverarbeitung vor circa vier jahren habe ich dir bereits mal geschrieben vor vier jahren und jetzt kommt erst die trennung aber solange dauert das manchmal das alles okay das video dazu heißt wozu sind beziehungen gut welche mal verlinken meine ex-frau ist nun nach 18 jahren beziehung seit zwei monaten ausgezogen und wir leben getrennt ja jetzt weiß ich nicht ich bin jetzt mal so ein bisschen gründlich warum schreibst du wir leben jetzt getrennt seid ihr jetzt getrennt oder nicht also das ist auch für den rest der mail glaube ich wichtig also ich finde solche details sollte man achten das sollte irgendwann klar sein so jetzt sind wir endlich getrennt und ja jetzt kann ich kann immer wieder lustige sachen machen bis übrigens ende 30 während so wenn das irgendwie unklar ist dann zieht sich das weiterhin wie so kaugummi also erstmal so als erstes nach einer überhalbjährigen paartherapie übrigens schon lief als die erste anfrage gestellt habe klappt die beziehung zunächst besser ja war ja auch zielen nehme ich mal an sie wurde dann noch mal schwanger so dass wir nun drei tolle kinder haben rückblickend haben wir als paar im grunde genommen aber eine große schleife gedreht wie unoff nur innerhalb der beziehung ich wüsste jetzt auch nicht immer dass du hundertprozentig vermeiden soll also man bemüht sich halt ist ja auch aller rede wert aller rede wert aller ehre wert und dann kann man ja auch dafür ist manchmal auch eine paartherapie gut dass man sagen kann bei mir wirklich alles probiert selbst eine paartherapie und ja in den letzten einhalb jahren bin ich aus dem ehebett ausgezogen habe mit meinem kleinen kind im bett geschlafen familienbett ist ja sehr modern gerade nur dass wir zwei davon hatten ja auch standard leider so ist das dann halt zwischen mir und meiner frau gab es so hallenhalmer mäßig gar nichts mehr ich habe mich zum schluss zurückgezogen und auch die gespräche wurden irgendwann weniger ich hatte keine lust mehr hier hinterher zu laufen was mir jetzt sagt dass ich habe es natürlich jetzt nicht mehr so genau im kopf was damals war dass sie da vielleicht mal die treibende kraft war ihre antwort war im grunde der auszug gut das ist dann auch klar dass es eine trennung ist nur falls das immer noch nicht klar sein sollte seit circa fünf monaten war klar dass sie nun nach häusern sucht den schritt der trennung hat sie vollzogen okay da haben es ja ich spüre dabei überhaupt keinen groll sondern einfach der meinung dass ich getan habe was ich konnte und jetzt ist es einfach gut sehr gut don't look back in anger ja ist auch genau richtig kann sein dass das aber deine frau triggert dass sich das nicht mehr quält so auch wenn sich selber getrennt hat das ist manchmal so verrückt nehmen ich habe den ganzen prozess er den passiven part eingenommen ich habe sie unterstützt weil ich fast 100 prozent der kinderbetreuung übernommen habe denkt an den people pleaser kurs gibt es noch so frühbucher preis der geht ja auch schon fällt mir jetzt bei dem thema wieder ein wenig hundert prozent kinderbetreuung lese wirkt für mich auch so ein bisschen so die frage ob du vielleicht nicht ein bisschen zu nett warst in diesem ganzen prozess also nicht dass man jetzt unnett sein sollte aber bist schon wie ich es meine dieser kurs geht in zwei wochen los nachdem in den letzten monaten schon einige tränen geflossen sind blicke ich nun einigermaßen optimistisch in die zukunft und habe so viel freie zeit wie schon lange nicht mehr zur verfügung man spürt förmlich die erleichterung ich bin einerseits erleichtert weil mir gefühlt eine schwere last von den schultern genommen wurde andererseits bin ich auch traurig niedergeschlagen ja ist ja auch ein schwieriges thema wobei mir häufig nicht so klar ist warum ich was ich eigentlich betrauere ja gehen mal schön auf distanz dann legt sich das schon die achterbahn fährt ich bin sehr auf eine friedliche einigung bedacht da die kinder an erster stelle stehen und keine streitereien das klima vergiften sollen ja dazu gehört natürlich mal zwei nur man dass das klar ist meine ex-frau möchte nun noch eine paar therapie machen weil sie für sich klären möchte ob es der richtige schritt gewesen ist auch also es gilt das gleiche was ich immer sage on off löst sich nicht wieder auf also dass ihr habt das das selber als on off bezeichnet ihr könnt zehn paar therapie machen also ich würde mich da strikt strikt weigern ich würde mich strikt weigern das ist nur meine persönliche meinung dann soll sie soll sie also wenn sie das klären möchte ob es der richter soll soll sie doch eine therapie machen oder beratung oder was weiß ich sonst was machen ist nämlich ein problem sie ist ausgezogen ihr müsst immer gucken dass ihr nicht zu okay jetzt die runde noch sie ist ausgezogen sie will nicht mehr mit dir zusammen sein sie hat sich getrennt alles klar ciao ciao kakao ist dein koffer noch mal paar therapie am arsch würde ich sagen also kein bock was soll dabei rauskommen und soll das jetzt weiter dann sich dahin schleppen dass du kein neues leben beginnen kannst oder was und und wenn sie sich jetzt noch nicht weiß ob sie jetzt jetzt ob es der richtige schritt war dann weiß sie dass in einem jahr in zehn jahren in 100 jahren nicht also hundertprozentig sie hat denke ich auch einen großen struggle mit der entscheidung und den konsequenzen ja aber wie viele jahre so was denn noch gehen was mir vor vier jahren geschrieben also mir wäre er möglichst viel abstand gelingen ja das würde ich auch definitiv raten nur kontakt geht nicht wegen der kinder wir treffen uns auch alle zwei bis drei woche um termine zu besprechen okay ich habe ja auch gesagt dass es mir um verarbeitung und fünftigen umgang geht und für mich keinen weg zurück in die beziehung gibt habe nun aber einer therapie zugestimmt ja das ist aber keine klare kommunikation weil dann müsste könntest du einer einer mediation zustimmen ich persönlich hätte keinen bock mehr auf sowas auch ich würde auch keine mediation mehr machen ich habe auf diesen ganzen kram keinen bock mehr weiß ich nicht das ist auch es ist einfach emotional unglaublich schwer wenn man sich so so trennen muss das ist schon und dann sozusagen schon die trennung ist klar und in diesem auseinander gehen versucht man sich dann auch zusammenzusetzen und sachen zu regeln das ist unendlich anstrengend deswegen gibt es schon viele sachen wo mediation für das auch gar nicht ist jetzt nur meine persönliche meinung viele ganz tollen mediationen meine erfahrungen sind sehr schlecht damit es sei denn es ist vor gericht direkt eine mediation wo dann auch richtig druck dahinter ist und das liegt nicht daran dass mediatoren schlecht sind glaube ich sondern weil das einfach das ist es macht einfach keinen spaß man will sich eigentlich gar nicht zusammensetzen und und was glaube ich manchmal besser dass du aus der distanz zu regeln oder mit anderen wegen die es ja auch gibt dass sich die anwälte verhandeln oder was weiß ich aber so aber so ist das völlig unklar jetzt sagst du ja sollte klar sein dass die beziehung vorbei ist und das war gleichzeitig ich mache meiner paartherapie mit das ist allein schon dieses wording kannst du irritationen führen da musst du echt klar sein und wenn du nicht das bedürfnis hast dann sagt nein also ist auch für people pleaser kurs sagt nein möchte ich nicht kann man ganz nett sagen nee du möchte ich nicht ich muss jetzt heilen ich muss ich kann dich nicht so viel treffen das tut mir einfach zu weh du lass das lass das xy mal regeln nicht wir sehen uns ja alle zwei bis drei wochen was soll man schon groß besprechen die rechtlichen sachen werden woanders geklärt kinder haben wir alles geregelt wir haben alles bemüht alles gut jetzt gehen wir auseinander in frieden und jetzt lass mich aber auch mal in ruhe ist würde ich sagen der termin steht bereits ihre sicht der dinge ist dass sie zum wohle der familie ausgezogen ist und opfer bringt damit es allen gut geht also was für ein fucking opfer denn ich kann das alles nicht mehr was für ein opfer denn sie wollte sich trennen habe ich jetzt gehört sie ist ausgezogen sie will eine paartherapie machen alles sachen die du scheinbar nicht vorangetrieben hast so und jetzt bringt sie sie opfer wo bringt sie den opfer also vielleicht verstehe ich es auch nicht meine e mails sind natürlich alle begrenzt in der inhaltsmenge vielleicht verstehe ich es einfach nicht aber das ist auch scheißegal sie hat sich getrennt und fertig schau kakao fertig schluss mit lustig händegelände so muss man nicht böse sein oder so aber einfach jetzt reicht es auch mal so ne und wenn sie denkt dass sie opfer bringt ja dann denkt sie eben dass ihr opfer bringt ja dann bringt sie eben opfer ist auch ein people pleaser übrigens der immer meint dass er opfer bringt weiß seine frau auch ein people pleaser keine ahnung aber nee weiß ich nicht hätte ich kann also schrecklich er kriegt schon an schreck mich schon an beim lesen sie findet dass ich sie von oben herab behandelt und kalt und unberechenbar bin da ich jetzt keinen kontext habe kann ich da überhaupt nichts zu sagen sie stellt meine kooperationsbereitschaft in frage sobald ich eine neue freundin habe das geht sie den dreck an sorry wenn ich mal so direkt wenn sie sich getrennt hat und die trennung ist ausgesprochen da kannst du nach hause gehen kannst tinder aufmachen kannst joyclub aufmachen kannst gangbang machen was du willst du bist frei das war es sie ist raus ja wenn sie jetzt nicht abgegangen dass du eine neue freundin hast also vielleicht verstehe ich irgendwas nicht aber es gibt sie nichts mehr an sorry ja vielleicht triggert sie das dass es ihr egal ist dass ihr euch getrennt habt ja dann triggert sie es halt muss nicht mit klarkommen und wenn sie das unter stress setzt das ist nicht dein problem das setzt sie unter stress weil sie das gefühl hat alles schnell regeln zu müssen bevor dieser zustand eintritt das geht sie nichts an es wird sie was angehen vielleicht ob da reden wir ja gar nicht drüber ob irgendeine freundin irgendwann mal die kinder sieht oder so da kann sie natürlich kennen aber selbst da ich meine aber da kann man natürlich versuchen mitzureden oder was weiß ich ja okay mit wem du zusammen bist mit wem du in die kiste hüpfst geht es ihnen dreck an sorry ist ja alles verständlich ne sagt man muss ja jetzt gar nicht ein riesen fast aufmachen aber also ich würde glaube ich so wenn ich das richtig verstehe jetzt würde sagen nee ach du lass mal ich ist jetzt abgeschlossen ich möchte es auch nach vorne gucken du hast dich getrennt weiß ich nicht möchte jetzt nicht drüber reden für mich zusammen wenn geht ich nichts an fertig dies alles bekomme ich in langen nachrichten serviert ja also dass du dich dann nach null kontakt sehen das kann ich mir vorstellen gut was soll man dazu sagen es ist halt immer noch eine schwierige zeit wahrscheinlich wenn du es nicht lesen möchtest dann kannst du auch sagen du wir sehen uns alle zwei bis drei wochen kannst du mir betrifft oder irgendwelche sachen so so irgendwas zu regeln ist und in dieser emotional fordernden situation da ich gern abstand möchte hatte ich die glorreiche idee im neuen jahr mit dem online dating anzufangen es ist dein fucking recht also wenn ich das hier alles richtig verstehe darfst du ist jetzt auch nicht der platz darüber nachzudenken ob das zu früh oder zu spät ist ob online richtig ist scheiß egal und zum abstand kriegen warum nicht wer weiß was du da oder was ihr beide so durchgemacht habt vielleicht wird es einfach mal jetzt auch mal ein bisschen spaß hat steht ihr zu manchmal frage ich mich was mich da eigentlich geritten hat ich dachte mir ich kann ehrlich neun jahre warten also mal direkt angefangen ja das will sie vielleicht seine frau aber keine ahnung ich muss sagen dass ich auch richtig lust habe neue frauen kennenzulernen hey go for it ich frage mich nun aus welchen negativen emotionen dieser wunsch kommt du bist getrennt du warst 18 jahre beziehung und jetzt willst du mal spaß haben wo ist das negativ weiß ich nicht muss ja nicht gleich neue beziehung starten also und ob das irgendwie eine chance hat nicht toxisch zu enden also ich sage das immer nur wenn man aus toxischen beziehungen kommt dass man sich ein bisschen zeit lassen sollte aber dass man nach 18 jahren ehe und und jahrelang paartherapie und kein sex mehr dass du dann sagst bohr jetzt reich mal jetzt jetzt will ich mal wieder ins leben springen ist doch total in ordnung mittlerweile hatte ich zwei dates in einstieg noch aus kurz geschrieben antwort bekommen date vereinbart weg vom handy also höre ich raus dass du mal ein dating kurs machst als wäre ich ein alter hase und nicht ein emotional instabiler absoluter dating ist parallel die dating eigentlich ein dreieck oder moralisch verwerflich ich glaube das interessiert heute kein mensch mehr machen glaube ich die meisten also was ja noch nicht mehr in der kiste mit einer also warum nicht date 1 war ganz okay zwar schon gequatscht war lustig dann verabschiedet zwei tage später nett abgesagt der zwei war ganz anders nachdem bereits am tag vom date noch von ihrer seite fragen zu meinem profil auftraten und möglichen unterschieden vorstellungen was beziehungsintensität betrifft da hätte doch erst mal leute lass das doch erst mal sie sucht etwas ernsthaftes ich will einfach nur daten ja wenn du das klar sagst alles gut fand das treffen doch noch statt wegen äußeren umstände jetzt zu hause sie ist ein paar jahre älter hat auch ein kind und eventuell in der vergangenheit nicht so stabile beziehungen geführt du willst ja immer erst mal nur wieder aufs pferd kommen also meine ich jetzt übertragen im sinne auf stating app fährst und einfach mal wieder los reiten ich glaube du bist doch gar nicht in der beziehung und ja ist doch egal jetzt wir tranken kaffee und die da hielten uns fucking vier stunden das steht aber nicht in der reinen lehre wie die liebe schüppler das immer nennen die sogenannte reine lehre die sagt nicht vier stunden dates wollte ich nur mal sagen maximal zwei dabei kein oberflächliches gesäußert sondern es ging schon tief rein ich hätte beinahe angefangen zu heulen als ich auf meine trennung zu sprechen kam ich konnte das noch abfinden ich war maximal ehrlich weil ich nicht wüsste wie ich tätig in einer derzeitigen situation sonst gestalten sollte absolut richtig ich habe gesagt dass ich meine derzeitigen situation nicht sofort die nächste feste beziehung suche ehrlich darfst du sondern einfach gucken will was passiert zum abschied gab es eine innige umarmung irgendwie hat mich dieses day ganz schön durcheinander gebracht ich fühlte mich zu ihr hingezogen auf der 40 min rückfahrt hatte ich gefühlt die hefte der zeit okay das lese ich jetzt mal nicht vor okay okay könntest du mal offensichtlich hat dir das gut gefallen auf jeden fall und warum nicht du hast ja scheinbar 100 jahre keinen sex mein gott könntest du noch mal schlechtes bauchgefühl verliebtheit und geilheit differenzieren wozu du hast den rahmen abgesteckt hast klar gesagt was du willst stellt das bauchgefühl hast du ja gar nicht und verliebtheit geht auch in das andere dann übere sie hat mich dann auch bis zum nächsten morgen beschäftigt aber nicht obsessiv das ist ja schon mal gut ich bin mir nicht sicher ich bin mir sicher dass wir nicht gut in einer beziehung zurecht gehen da sind mir ein bisschen eifersüchtig scheint ja aber du noch mal los datet einfach ne und wir auch sonst nicht viel gemeinsamkeiten haben drei tage später habe ich trotzdem das zweite date ausgemacht es ist alles in ordnung also habe mich so viel schuldgefühl kochen glas waren wir jetzt zu hause jetzt bin ich kurz davor das abzusagen jetzt ich meine du machst was du machst aber nimmst doch mit ja dann hast du mal wieder sex mit jemand anders doch nice wahrscheinlich komme ich etwas angst wegen drohender körperlichkeit ja ist ja auch verständlich aber willst du jetzt einen riesen fass aufmachen du machst was du meinst aber willst jetzt einen riesen fass aufmachen irgendwann ist es ja mal soweit ne ist schon eine weile her bei mir ja ist wie fahrrad fahren verlernt man nicht das dritte date aus einer single eltern app übrigens wie auch immer die heißt keine ahnung was man nun auch schon 1,5 wochen irgendwie ansteht ist mit einer frau aus der nähe vom profil würde ich sagen das ist ziemlich gut zusammenpassen gleiche interessen gleicher musikgeschmack schreiben macht spaß beruf interessant in meiner fantasie ist das quasi ein perfekt match ja fantasie zählt aber bei uns hier leider nicht in der reihen hemmschi lehre also du kennst sie nicht also befasst sich mit der frau die folie ist wer weiß ob das auch stattfindet das date weiß doch gar nicht heutzutage meinte fantasie also irgendwie bin ich nun der hoffnung irgendwie beginne ich den hoffnungen darin zu setzen nee das wollen wir nicht keine fantasie modus nur die realität zählt und das dating wird nicht so leicht wie ich es mir vorgestellt habe ja das werden die alle stetigen und ganz nebenbei mache ich noch paar therapie mit einer ex ich halte da nichts von und wenn du das machst und sagt glasklar es ist keine paar therapie sondern trennungstherapie dass ihr getrennt seid dass da gar keine unklarheiten entstehen ja ich glaube ich habe mich da etwas verrannt ach es ist alles gabe alter genieße es normale zustand du kommst langsam aus deinem loch wieder raus beginnst spaß zu haben hau rein genießt es einfach habe nicht so viele schuldgefühle und wir sehen uns bald wieder macht die fucking dating kurse schau lieben schuldgefühle und wir sehen uns bald wieder raus wir sehen uns bald wieder raus